Einsamkeit. Dieser Begriff macht vielen Leuten Angst, weil er sie mit sich selber konfrontiert. Ich unterscheide auch generell zwischen dem Zustand der Einsamkeit und dem Zustand des Alleinseins. Alleinsein bedeutet eigentlich nur so viel, dass man für sich selbst ist, dass keine Menschen um einen herum sind. Und es ist auch nicht weiter schlimm für einen selbst, für das Ego. Einsamkeit bedeutet, dass man sich nicht verbunden fühlt mit seiner Umwelt, nicht verbunden fühlt mit sich selbst. Man kann unter Tausenden von Menschen sein und sich trotzdem einsam fühlen oder auch auf einer Party oder wie auch immer. Man kann sich trotzdem abgekoppelt fühlen von dem Rest. Und das ist der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Und diese Einsamkeitsgefühle, diese innere Leere, die man glaubt wahrzunehmen, die man glaubt zu spüren, kommt eben aus dieser Trennung des eigenen Bewusstseins und der Umwelt, kann man sagen. Dass man sich sozusagen als Individuum fühlt, welches verloren ist in dieser Welt. Und das ist etwas, an dem man versuchen sollte zu arbeiten. Das ist auch so eine Art spirituelle Fortentwicklung, wenn man lernt, dass man gut ist, so wie man ist. Auch wenn man jetzt nicht perfekte Beziehungen führt, wenn man keine perfekte Arbeitsstelle hat. Wenn man, wie auch immer, hier beliebige Phrase einfügen. Wenn man lernt, dass man immer bei 100% steht und dass man sich selbst auch ein sehr, sehr guter Freund sein kann. Wenn man sozusagen sich selbst der beste Freund ist, dann ist alles andere nur noch Bonus. Und das ist etwas, worauf man auch, wie gesagt, versuchen sollte hinzuarbeiten. Dass man einfach die Beziehung zu sich selbst stärkt. In dieser Gesellschaft, in der alles nur noch auf Leistung, auf möglichst großen Gewinn ausgelegt ist, ist es einfach unglaublich wichtig, dass man sich immer wieder klar macht, dass man, selbst wenn man nichts zu dieser sogenannten Gesellschaft, zu dieser übergeordneten Gruppe beiträgt, bei 100% ist, diese Minderwertigkeitsgefühle, die man glaubt zu verspüren, die man sich selbst einredet, sind alle gesellschaftlich inszeniert. Keiner von uns kommt mit Minderwertigkeitsgefühlen zur Welt. Diese Minderwertigkeitsgefühle sind indoktriniert, sind anerzogen und da spielen meistens auch Dynamiken aus der Kindheit mit rein, welche das Ganze nur noch weiter verstärken. Überall wird man konfrontiert mit Werbung, wird man belästigt von Werbung. Diese Werbung redet einem ein, man sei nicht gut, so wie man ist. Und diese Werbung verändert einen auch, ob bewusst oder unbewusst. Das ist ja vielen gar nicht bewusst, dass das Ganze einen Einfluss auf einen hat. Man kann sich nicht umsonst viele Slogans, viele Werbesprüche merken. Die haben sich im Gedächtnis verankert. Und das nimmt, wie gesagt, bewusst oder unbewusst, Einfluss auf das Leben, auf die Lebensführung, auf die Ziele, die man sich selbst setzt. Den Frauen wird eingeredet, ey, du bist nicht schön, so wie du bist. Klatsch dir pfundweise Make-up ins Gesicht. Dann kannst du sozusagen eine bessere Frau werden. Dann kannst du alle Männer haben, die du willst und wie auch immer. Du bist dann eine bessere Frau einfach. Und das ist absoluter Bullshit. Genauso wie den ganzen Männern immer eingeredet wird, kauf dir das und das Auto, motz dir, motz dein Auto auf, eine schön gepuschte, aufgepimpte Karre, dann geht es dir besser. Dann kommst du auch besser bei Frauen an. Dann wirst du gesellschaftlich mehr akzeptiert. Dann reden die Leute nicht hinterricks über dich. Hey, was hat der für eine Schrottkarre oder wie auch immer. Es wird sich gar nicht mehr um den Nutzen von etwas geschert, sondern es wird nur noch der gesellschaftliche Einfluss gesehen von dem jeweiligen Objekt. Dass zum Beispiel ein Auto nur für die Fortbewegung da ist, dass man von A nach B kommt, wird völlig übersehen. Viele kaufen sich ja kein Mercedes, kein Ferrari, wie auch immer, ich kenne mich da nicht aus, weil sie motz komfortabel fahren wollen, sondern einfach, weil sie sich davon gesellschaftliche Bewunderung erhoffen. Und all das nur aus Angst davor, auf sich selbst zurückgeworfen zu werden. Wenn man Angst davor hat, wenn man einsam ist, dass die Gefühle in einem hochsteigen, die ganzen negativen Sachen, die man versucht zu verdrängen, die man auf die Seite schiebt. Aber diese Sachen sind trotzdem da. Und es ist wichtig, dass man sich mit negativen Gedanken auseinandersetzt. Die gehören genauso dazu wie die positiven Gedanken. Nur sind halt die positiven angenehm und die negativen nicht. Und natürlich tendiert man eher dazu, sich mit angenehmen Sachen zu beschäftigen, was in dem Fall aber eigentlich sehr kontraproduktiv ist. Man sollte ab und zu bewusst die Stille suchen. Sich einfach mal irgendwo hinsetzen und sich mit sich selbst beschäftigen. Auch mal einen Perspektivwechsel zu wagen. Diese ganzen Gefühle, die da nach oben steigen. Sich anzugucken. Warum fühle ich so? Warum denke ich so? Ist diese gegebene Tatsache, die ich als Wahrheit angenommen habe, ist die überhaupt wahr? Ist das überhaupt so? Oder denke ich das mir einfach nur selbst aus, weil ich etwas vielleicht nicht wahrhaben will? Oder weil ich etwas durch eine rosa-rote Brille sehe? Oder wie auch immer. Seine subjektive Sicht einfach mal anzuschauen und das Ganze mit der Realität abzugleichen. Das wäre vielleicht auch mal ganz wichtig. Und wenn man dann sich intensiv mit sich selbst beschäftigt hat, löst das sozusagen eine gewisse Katharsis in einem aus. Dass man wieder ein bisschen mehr mit sich selbst im Reinen ist. Und das kann einem auch niemand anderes abnehmen. Das muss man selber machen. Man kann sich Tipps holen von irgendwelchen Leuten, von Bekannten, von Freunden, wie auch immer. Aber es wird einen nie selbst definieren. Man kann sich nicht über die Ansichten eines anderen definieren, sondern nur durch sich selbst, mit seinen Werten, mit seinen Überzeugungen. Und dann kann man sich selbst definieren. Viele definieren sich ja nur über die Verhaltensweisen von anderen. oder über die Sichtweisen von anderen. Und dann entsteht sozusagen ein Persönlichkeitsmischmasch, welcher einem selbst gar nicht mehr entspricht. Jedenfalls ist diese übergeordnete Instanz, diese Gruppierung, die Gesellschaft, von der man glaubt, losgelöst zu sein, abgekoppelt zu sein, nichts anderes als ein Hirngespinst. Ein Konstrukt unserer Fantasie. Du kannst niemals eine Einheit werden mit der Gesellschaft oder verschmelzen mit der Gesellschaft. Du wirst immer ein Individuum bleiben. Und das ist auch schön so. Wir definieren uns über unsere individuellen Persönlichkeitsmerkmale. Dieser Perfektionsdrang, dass wir irgendwie Teil von etwas werden wollen, das ist tief in der menschlichen Psyche verankert. Das kommt noch aus der alten Zeit, wo es noch ums Überleben ging. Und es ist wichtig, dass man diese Dynamiken halt so ein bisschen durchschauen kann. Oder dass man eben versucht, aus diesen Denkansätzen, die man sich selbst erarbeitet, zu lernen. und ist so ein bisschen. Ja.